Herzlich willkommen zum ersten Enjoy Your Bike Podcast mit meiner Wenigkeit, Ingo, und meiner Wenigkeit, Dan. Ihr kennt uns vielleicht schon aus YouTube-Videos, jetzt das erste Mal Audio-Only, aber mit Bild. Und warum Podcast? Ja, das ist jetzt mal so ein erster Versuch, mal auf eine andere Art und Weise, Dinge zu besprechen, die vielleicht ein bisschen umfangreicher sind als jetzt und vielleicht auch nicht so interessant im Bild sind. Das heißt, Themen, die man besprechen muss und nicht unbedingt sehen muss. Und wir probieren das jetzt alles hier so ein bisschen aus. Das ist jetzt die erste relativ experimentelle Folge, wo es eigentlich auch nur um das Thema geht, warum machen wir diesen Podcast, was ist unsere Idee dahinter, wo wird es den zu sehen geben und so weiter. Ein Podcast gibt es eigentlich ja nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Genau. Und viele machen das bei YouTube so, dass sie da auch ihren Podcast veröffentlichen und einfach nur so ein Standbild reinpobeln oder mehrere Standbilder. Da habe ich gedacht, naja, ein bisschen YouTube können wir ja, machen wir zumindest die Kamera nebenbei an. Ihr werdet, wir können da auch reinwinken und ihr werdet uns da sehen, wie wir sprechen, aber mehr wahrscheinlich auch nicht. Wir haben beide hier so ein Computer vor der Nase, wo so ein paar Notizen drin sind. Und das ist so zumindest was, was ich besser finde als Standbild. Und viele hören halt auch Podcasts über YouTube. Wollen wir das denn auch bei YouTube live laufen lassen, dass wir sagen, wir sind live on Air am so und sovielten um so und so viel Uhr? Das ist was, was ich mir überlegt habe für die Zukunft, wenn wir das technisch irgendwie hinkriegen. Also der erste Schritt ist erstmal, wir haben ja so ganz fancy Mikrofone und so ein komisches Ding, wo man Hebel hoch und runter, die ich mir erklären lassen habe. Übrigens von Chris Marquardt, das ist ein Podcaster, der macht den Podcast Happy Shooting. Und das ist ein Fotopodcast, mit dem arbeiten wir viel zusammen. Die sponsern wir auch als Enjoy Your Camera, nicht Enjoy Your Bike. Und der hat uns das alles hier eingerichtet. Und so ist das alles so ein bisschen, alles noch fancy, aber funktioniert hoffentlich zumindest. Und was war jetzt die Frage? Warum wäre das bei YouTube? Achso, wegen live. Genau, live wäre der nächste Schritt. Weil da muss man wirklich gucken, wie kriege ich das Ganze gestreamt ins Internet. Und das geht relativ einfach, wenn du dir so ein iPhone vor die Nase hältst. Und mit dieser YouTube-App, glaube ich, geht das relativ einfach. Aber wenn man da schon so einen Camcorder dahinter hat und noch ein bisschen Ton mischt. Also würde es wahrscheinlich so sein, wir nehmen den Podcast auf und wenn wir jetzt nicht ein riesen Fauxpas reingeknallt haben, dann geht der einfach ungecuttet live. Genau. Das ist auch übrigens der Unterschied gegenüber unseren YouTube-Videos. Hier wird das Ganze sein, wir nehmen das in einem Schritt auf. Und wenn jetzt nicht wirklich einer jetzt hier mal eine halbe Stunde pinkel gehen muss, dann wird das einfach eins zu eins durchlaufen. Das heißt, wir werden hier nicht groß schneiden, während wir so ein YouTube-Video immer mal wieder reinschneiden. Das heißt, da verspreche ich mich irgendwo und dann mache ich einen Cut. Und das seht ihr manchmal, wenn so das Wild ein bisschen zittert und dann fange ich nochmal neu an zu sprechen und sowas. Das haben wir hier nicht. Es wird eins durchgesprochen. Die Kamera läuft in eins durch und das ist halt so ein bisschen ein Unterschied. Und das müssen wir natürlich auch ein bisschen üben. Ich hoffe, das kriegen wir dann gut hin, uns einfach zu unterhalten. Die Idee entstand oft daraus, dass wir hier im Büro technische Fragen, also auch gerade Bike-Fahren, denn und ich hier diskutiert haben, auch gerne mal kontrovers diskutiert haben und gedacht haben, aber das hätten wir jetzt mal aufnehmen müssen, weil da hätten viele Kunden was rausziehen können. Wenn es nur um Schaltgruppen geht oder Schlauchreifen und Nichtschlauchreifen, da ist so viel Gehirnschmalz drin, den wir uns eine halbe Stunde hier diskutiert haben, wo wir gedacht haben, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man das mal so als kleine Radiosendung hören könnte. Ja, sehe ich auch so und gerade, dass das Format so zeitlich nicht begrenzt ist. Du kannst ja den Podcast einfach abklemmen, wenn du den langweilig und doof findest, aber wenn du einfach sagst, ach, über den Rahmen oder die Schaltung oder über den Tacho oder das Konzept oder so, da kann ich auch länger als 15 Minuten zuhören. Wäre also unmöglich, in einem YouTube-Video unterzubringen, finde ich gut. Genau und weil wir in vielen Videos uns kurz gefasst haben oder auch mal lange gesprochen haben und es dann wegschneiden mussten, weil das Video dann schon 25 Minuten lang war über so eine SRAM Access, wo ganz viele technische Details noch zu klären gewesen wären, was aber einfach in so einem Videoformat, wo man was zeigen will, dann nicht mehr so gut funktioniert, weil so lange kann man halt nicht jemanden zugucken, während er spricht. Also ein gutes Beispiel hast du gerade reingeworfen, das ist die SRAM Access, wo wir nun zwei Highlights hatten. Wir waren die Ersten, die die Gruppe so Probe gefahren sind, dann waren wir auch die Ersten, die bei SRAM eingeladen wurden, nicht nur wir, auch andere, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr und wir waren so schwer begeistert und etc. Und am Ende des Tages ist das eine sündhaft teure Schaltgruppe geworden. Na klar, das ist sehr, sehr ärgerlich, aber wenn man dann dieses Video dreht bei YouTube, die Begeisterung rüberbringt, wie begeistert wir beide waren und dann liest man in jedem zweiten Kommentar, aber dieser Preis, eine Frechheit, eine Katastrophe und man hat ja keine Möglichkeit, sich, wenn das YouTube-Video hoch ist, irgendwie nochmal zu sagen, ja, aber ich würde dir gerne erklären, warum wir so begeistert sind und der Preis stört uns auch immer. Wir geben ja auch Geld aus oder eben ungern Geld aus, aber wenn die Technik so begeisternd ist, wie bringen wir es rüber? Genau. Und das sind so Sachen, da würde man wirklich, ja, da wäre das Bild unwichtig dazu. Da geht es wirklich darum, sich die Diskussion anzuhören und das ist tatsächlich was, was wir hoffentlich hier auch im Podcast dann rüberbringen können, weil, wie gesagt, im Zweier-, Dreiergespräch oder auch Gespräche mit Kunden, die wir geführt haben, da kommt so viel noch mehr an Details rüber, als wir jemals in so einem YouTube-Video zeigen können. Ja, vielleicht auch so, ich weiß ja noch nicht, wo es denn so losgeht und wo es so ändert, aber wie war unser Arbeitstag heute und nachdem wir mal eine Schwimmpause in der Mittagszeit hatten, hatte ich einen Kunden am Telefon, den ich über den Open beraten habe, der das YouTube-Video gerade gestern gesehen hatte und sagte, ich muss jetzt da nochmal eine Beratung haben. Und das Kern, die Kernaussage von diesem Gespräch, was jetzt 40 Minuten gedauert hat, war, echt, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ich mir einfach die Wunschfarbe aussuchen kann. Und das kommt manchmal, bleibt es halt auf der Strecke mit einer Webseite und mit einem Video, aber im Gespräch ist das, und was auch immer es für ein Feature für den einen oder den anderen Kunden ist, hier kann man nochmal drauf eingehen, wir wollen jetzt nicht zu viele unterschiedliche Themen anreißen, aber das sind so, das ist so unser Alltag, den wir hier so haben. Genau. Und das in Zukunft, die Themen, die es so geben werden oder geben soll, da sind wir selber noch gar nicht so wichtig, so sicher. Wir haben so ein paar Ideen, haben wir schon, wie zum Beispiel mal das Thema Schaltgruppen, das Thema Reifen, welche Reifen und was hat vor, Nachteile und so weiter. Das hier wirklich mal ausführlich zu besprechen, also technische Themen. Dann haben wir ein, zwei Videos im Internet gefunden, die wir ganz interessant waren oder Interviews, die wir interessant haben, wo man vielleicht auch mal ein englisches Interview hat von einem Fahrradhersteller, was wir jetzt tatsächlich in einer der nächsten Sendungen mal ein bisschen auseinanderflügen werden und da dann mal ein bisschen drüber diskutieren kann. Sicherlich auch kontroverse Themen, weil das ist auch was, Dan hat in vielen Dingen eine andere Meinung als ich, der fährt zum Beispiel gerne seinen GAMI mit Touchscreen, wo ich sage, wie kann ein Fahrradcomputer einen Touchscreen haben und so weiter. Aber das ist doch auch ein Thema, du siehst doch auch gerade, jetzt hast du ein schönes Video von dem neuen Wahoo Rome hochgeladen. Das sind doch Themen, da merken wir ja in den Kommentaren, hatten wir jetzt irgendwie 150 Kommentare oder was war das jetzt? Das ist doch krass. Ja, manche Themen polarisieren, auch zu Recht und manchmal polarisiert der Preis, manchmal polarisiert es die Funktion und für jeden ist aber meistens irgendwo dann doch das richtige Produkt dabei. Und das ist ja auch was, was uns viele Kunden auch sagen oder auch viele in vielen YouTube-Kommentaren. Das ist halt schon, was man uns glaube ich anmerkt, dass wir Bock auf den Kram haben, den wir hier bei YouTube zeigen, über den wir jetzt in den Podcasts auch sprechen und wir haben Spaß dran. Dadurch eignen wir uns natürlich auch viel Know-how an, sind belesen, was bestimmte Techniken angeht oder haben da einfach Bock drauf und auf manche Sachen. Und wir testen viel, Ingo, wir testen viel. Das fällt, das müssen wir uns natürlich auch entschuldigen, es fällt auch mal was hinten rüber, was wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, weil es uns noch nicht über den Weg gelaufen ist oder weil wir keinen Zugang dazu haben. Thema Mountainbike zum Beispiel erzählen wir wahrscheinlich nie so viel drüber, weil wir haben zwar Mountainbikes, aber sind da nicht technisch so versiert. Dafür sind wir im Gravel- und Rennradbereich, gerade auch im Triathlon-Bereich wieder viel wissend. Also das heißt, wir werden euch auch nicht nerven mit Sachen, wo wir keine Ahnung von haben. Also ich nicht, Ingo schon. Also ich schon, weil ich muss ja mir die Ahnung immer von denen, der muss mir das ja immer alles erklären. Und dann kommt auch diese Nettigkeit jetzt im Podcast rüber zwischen uns beiden, finde ich auch ganz praktisch. Ja, also das ist natürlich im Podcast auch schön, dass ich auch mal Fragen stellen kann und so. Und das ist natürlich auch was, was wir in Zukunft hier so ein bisschen installieren wollen, dass wir sagen, okay, ihr habt jetzt Fragen zu irgendwelchen Themen, dass man wirklich sagt, okay, wir machen mal so eine kleine Fragerunde am Ende, wo wir vielleicht von Hörern Fragen beantworten können, die eingeschickt wurden und das nicht einfach irgendwo verloren geht unter irgendeinem YouTube-Kommentar, sondern dass man das hier mal bespricht, dass man sich vielleicht mal auch so nach, mal so die wichtigsten Kommentare rausholt, weil ich habe auch schon manchmal wirklich bei YouTube relativ lange Antworten geschrieben, wo ich gesagt habe, okay, schade, die meisten werden das gar nicht sehen, das Thema, was da vielleicht mal diskutiert wurde. Ja, oder man kann dann auch mal in einem Kommentar sagen, du pass mal auf, das nehmen wir mal auf im nächsten Podcast, verpass den mal nicht, dann kriegst du es ja sowieso als Benachrichtigung bei YouTube. Und da gehen wir da mal nochmal drauf ein, auf diese Frage, die ist ja sehr berechtigt. Eine gute Sache war zum Beispiel ein Kommentar, jetzt haben wir über 12.000 Abonnenten, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, wir haben jetzt 1.000 dazubekommen in den letzten 30 Tagen. Sehr vielen Dank dafür, das ist super. Und da war ein Kunde dabei, ein YouTuber, der dir mal geschrieben hat, Mensch Ingo, erzähl doch einfach auch mal was aus deinem Werdegang. Und du hast gesagt, ja, das kann ich vielleicht ja auch mal machen, natürlich nicht bei YouTube, aber in so einem Podcast, da wäre ja die Möglichkeit, minimal auszuholen und sagen, ja, wenn es denn jemand interessiert, warum, wieso, weshalb machen wir eigentlich das? Genau. Und auch mein Werdegang, dein Werdegang, weil du bist ja jetzt auch schon länger in der Fahrradbranche, auch, glaube ich, ohne Fahrradhintergrund da damals eingestiegen? Ja, einfach nur als Sportler zu der Sache gekommen, man glaubt es kaum, aber das gab es doch mal. Ich komme ja eigentlich von der IT und ja, aber das ist ja manchmal auch bei vielen Leuten die Leidenschaft, wenn du für irgendwas brennst, das ist ja immer das, dann bist du darin vielleicht gut, weil du dafür brennst. Und ob es Bäcker, Handwerk ist, Fliesen anlegen, IT, Arzt, Fahrradkamera, ich glaube, das ist ein wichtiges. Ich würde mich freuen, wenn das im Podcast auch so rüberkommt und dann wissen die Leute ja, dass du es nicht nur fürs Geld machst, sondern dass du dafür brennst. Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, also natürlich freuen wir uns über jeden Kunden, der sagt, ich habe euer YouTube-Video gesehen und komme deswegen zu euch und das kommt Gott sei Dank auch oft genug vor, sodass wir hier tatsächlich auch mal ein Fahrrad oder auch mal Zubehör verkaufen. Aber unsere Videos dienen natürlich jedem zur Recherche, der dann vielleicht auch in dem Laden in München reinspaziert und die Sachen dort kauft. Das ist ja nicht so, dass wir, wir geben ja auch viel Wissen, kostenlos stellen wir zur Verfügung, ohne dass wir immer jetzt den Verkauf dabei sehen. Und mein Ziel ist auch tatsächlich gewesen, als ich, ich habe ja vorher Enjoy Your Camera auch schon gemacht, jetzt seit über 15 Jahren und jetzt zwei oder drei Jahre Enjoy Your Bike. Das Ziel war nicht jetzt das, ja unbedingt das größte Geschäft aufzubauen, sondern diese Geschichte, ja das Wissen, was man hat, ja zu erzählen, diese Videos zu drehen, weil ich ja einen Foto-Hintergrund habe, habe ich auch Spaß daran, diese Videos zu machen. Habe mir das beigebracht so ein bisschen und das Ganze zu schneiden und ganz lustig natürlich auch diese Entwicklung zu sehen von unseren ersten Videos. Also da können wir uns beide, also ich habe ja das erste Mal so im Keller so komische, einfach nur so eine Laufrattasche gezeigt und ganz langsam erklärt und fünf oder sieben Minuten über so eine Laufrattasche erzählt. Und das war uns mittlerweile, haben wir uns ja auch weiterentwickelt und auch dein erstes Mal vor der Kamera war sicherlich auch noch wirklich so ein bisschen hakelig. Und da haben wir wirklich, wirklich Spaß dran und das ist natürlich, das ist wirklich die Hauptmotivation. Das ist nicht, die Hauptmotivation ist nicht das Ganze zu Geld zu machen, sondern da Spaß dran zu haben. Und deswegen jetzt der nächste Schritt auch hier mit diesem Podcast. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Wir können noch nicht allzu viel versprechen. Meine Idee ist so, dass man so alle zwei, drei Wochen mindestens mal so eine Sendung aufnimmt. Wie lang die ist, ich hoffe, dass wir so immer eine halbe Stunde, Stunde ganz guten Content liefern können. Kann auch mal länger dauern, kann auch mal kurz sein, wenn es irgendwie ein schnelles Thema ist. Das Ganze jetzt bei YouTube laden wir das als Video hoch. Dann wird das Ganze natürlich bei iTunes auch hochgeladen. Dann muss ich jetzt nochmal mit dem Chris Marquardt, wie gesagt, Happy Shooting, Podcaster. Der macht auch ganz viele Podcasts in Amerika, also ist da sehr erfahren. Der muss mir dann mal sagen, wie wir das Ganze bei iTunes reinkriegen. Und auch sowas wie Spotify, da hört man jetzt ja auch viel Podcast drüber. Da habe ich jetzt gerade übrigens mit angefangen, weil ich auf die Garmin 945 irgendwie nur über Spotify diese Podcast draufkriege. Okay. Und natürlich ein MP3 irgendwie auf der Webseite zum Download oder Webplayer, was auch immer, dass man das überall hören kann, weil YouTube hat ja so ein bisschen den Nachteil, dass man irgendwo einen Rechner oder ein iPhone irgendwie laufen lassen muss und vielleicht noch nicht mal eine andere App aufmachen kann. Und iTunes ist halt so wie Radio im Auto. Das hat jeder auf seinem iPhone. Bei Android gibt es auch so Apps, wo man die Podcasts abonnieren kann. Ja, hört sich gut an. Freue ich mich drauf. Du hast ja jetzt mit dem Podcast hören erst angefangen, nachdem ich gesagt habe, wir machen Podcasts. Das stimmt. Ich habe das immer so ein bisschen belächelt, wo ich immer denke, eigentlich will ich mir dafür keine Zeit freischaufeln mit dem Podcast. Habe aber eine Sache, ist ja schon peinlich, dass man lange in der Szene ist, aber Podcasts irgendwie gar nicht so berücksichtigt hat. Ich verbringe natürlich auch trotzdem sehr viel Zeit im Auto. Also meine Autopendelzeit ist halt fast so 40 Minuten zur Arbeit und zurück. Und wenn ich das natürlich sehe, sind eine Stunde 20 Minuten, die ich Podcast hören kann, weil das, was im Autoradio manchmal so läuft, puh. Ja, puh. Mach ich mal puh. Und das ist herzerfrischend. Und ich habe da auch schöne Podcasts gefunden. Und tatsächlich vielen Dank an meinen Kollegen Jannik, der mir einen Podcast empfohlen hat. Der folgt ja aus der Zeit, ne? Das ist ja ein grandioses, also warum darf man es auch nicht sagen? Also die Zeit mit dem Podcast Alles gesagt, bin ich total inspiriert. Finde da die, finde es grandioser, kann man es nicht machen. Grandios, würde ich sagen. Also manchmal, manchmal essen sie immer ein bisschen viel dazwischendrin. Aber ich finde es super. Und dann trinke ich zum Beispiel gar keinen Wein und könnte mich kaputt lachen, wie viel Shitstorm sie über Moselwein bekommen. Finde ich super. Also, aber unabhängig davon, die Gäste sind auch knallermäßig, die da sind. Also gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Und das ist natürlich eine Frage an dich, Ingo. Haben wir den eigentlich auch mal vor Gäste einzuladen? Weil das könnte ich mir gut vorstellen. Genau, das ist sicherlich was, was sich irgendwann mal ergeben wird, dass man einen Gast einlädt oder auch einen Gast über Telefon mal anschließt. Also irgendwie kann man hier auch ein Telefon anschließen. Das habe ich schon mal ausgetestet, was ich auch ganz gut finde. Das könnte jetzt ein Hersteller mal sein, mit dem man spricht. Oder was auch immer. Irgendein Sportler oder sowas. Das muss sich ergeben. Jetzt hast du zum Beispiel gesagt, wir wollen mit Gore was machen, weil du so begeistert von den Gore-Sachen sitzt. Und ein Freund von uns, der Tobias, der das vielleicht jetzt hört, man weiß es nicht, der arbeitet für Gore. Also da wüsste man ja auch, man hätte die absolute Vertrauensperson im Freundeskreis. Und wir haben mit Gore noch nichts angefangen. Das wäre so ein Punkt. Warum bist du so begeistert von den Gore-Sachen? Ja, also wir haben ja auch schon den Gäste von Rotor hier gehabt, die uns die Produkte gezeigt haben, mit denen wir gemeinsame Videos gedreht haben. Hat sich Spaß gemacht, ja. Genau. Und das ist sicherlich auch was. Und da muss ich aber auch sagen, wenn wir sowas machen, dann möchte ich aber auch so ein bisschen, gerade im Podcast hier auch mal so ein bisschen hinter die Kulisse. Dann möchte ich nicht nur Marketing-Sprech hören, sondern dann möchte ich auch mal was über die Geschichte des Unternehmens und vielleicht auch mal irgendwie eine Anekdote hören und nicht nur so diesen Einheitsbrei, den man sowieso überlesen kann. Aber da sind wir ja ganz weit vorne, dass wir den Leuten sagen, das wollen wir so nicht. Genau. Das kriegen wir auch sonst so ganz gut hin. So, und ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn ihr diesen Podcast jetzt das erste Mal hört, dann werdet ihr wahrscheinlich einer unserer YouTube-Abonnenten sein, der das durch Zufall entdeckt hat. Weil wenn wir das Ganze jetzt bei iTunes hochladen, dann muss man schon mal gucken, da sind wir sozusagen noch nicht sichtbar. Natürlich könnte unsere YouTube-Community jetzt losgehen und das mal alles fleißig abonnieren und ein paar Sternchen verteilen, damit wir da auch dann möglichst schnell gefunden werden. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen die Zukunft. Wir haben jetzt diese Folge wirklich nur dem gewidmet, warum machen wir das Ganze? Und testen mal so ein paar Sachen. Irgendwie muss es ja mal getestet werden. Genau. Gleichzeitig ist das natürlich der erste Test jetzt zu gucken, funktioniert das mit dem Hochladen nachher? Wie hört sich das Ganze an, wie wir hier reinsprechen? Haben wir zu laut geatmet, zu leise geatmet, zu leise gesprochen. Was übrigens ganz witzig ist, für Leute, die so mit Podcasten noch nichts zu tun haben, ihr seht jetzt auch, dass wir hier mit Kopfhörern rumsitzen und ja, so ein Riesenmikrofon vor der Nase. Und das ist letztendlich dafür, das ist ganz ungewohnt beim ersten Mal, wenn man das ausprobiert, dass man ja seine eigene Stimme hier im Kopf rührt. Und in dem Augenblick merke ich ja sofort, höre ich ja selber, oh, bin ich zu laut, bin ich zu leise? Oder ich höre auch, wenn denn spricht, ist der vielleicht zu leise? Und wenn ich den hier den Kopf wegnehe, dann merke ich sofort am Kopf, oh, scheiße, ich werde ja zu leise. Also ich finde es super. Also ich habe es jetzt auch erst seit einer halben Stunde so im Einsatz. Ich finde es richtig klasse. Und man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran, muss man sagen. Weil wenn wir gleich die Dinge absetzen und miteinander sprechen, denken wir, was ist denn jetzt los? Du hörst dich so weit weg an. Das ist der erste Podcast, wo auch Dieter, der ist nämlich schwerhörig, dabei sein kann, weil er dann mal richtig hören kann. Ja, nee, weil das ist tatsächlich so, dass man, dass man, ja, man hört ja jeden direkt hier im Ohr. Und das habt ihr sicherlich bei anderen Podcasts auch schon gesehen und euch vielleicht mal gefragt, warum macht man das so? Also ich habe mich immer so gefragt und hat mir nie einer erklärt. Und das ist so ein bisschen dieses Monitoring, zu gucken, okay, bin ich hörbar, bin ich nicht hörbar? Naja, die Musiker werden das alle verstehen. Du hast ja schon mal im Tonstudio gesehen. Gut, dann würde ich auch tatsächlich jetzt mal, jetzt kann ich hier nämlich hier die Musik ein bisschen einblenden. Und dann war es jetzt eigentlich im Podcast, wo wir über irgendwie nichts Wichtiges geredet haben, außer über das, was wir so machen wollen. Genau. Also das ging jetzt wirklich nur um den Podcast, warum machen wir das Ganze und die nächste Folge, da werden wir sicherlich zwei, drei Themen benutzen. Wir werden vielleicht auch mal erzählen, was hier so im Backend an neuen Produkten in der Pipeline ist, was wir hier so haben, worüber wir sprechen können, was interessant ist, drüber zu sprechen. Und das wird doch jetzt bei YouTube auch zu finden sein. Und dann könnten wir jetzt ja zum Beispiel aufrufen, schreibt doch unter diese allererste Episode mal so drunter, was müssten wir denn mal so anregen? Ihr solltet, das siehst du, das kannst du ja nicht wegcutten. Was wollt ihr denn vielleicht mal von uns hören, wo ihr meint, da sind wir ja kompetent? Genau. Könnten wir denn mal was zu sagen, was euch interessiert? Gerne Themenvorschläge machen. Das ist sicherlich auch ultra wichtig, weil wir werden irgendwann keine Themen mehr haben vielleicht. Und gerne Vorschläge machen, in die Kommentare jetzt schon mal bei YouTube reinschreiben oder Kommentare bei iTunes habe ich noch nicht gehört. Schickt uns sonst gerne eine E-Mail. Wir haben eine YouTube at enjoyabike.com E-Mail-Adresse, die immer direkt bei uns beiden hier landet auch. Dann können wir auch nochmal eine Podcast at enjoyabike irgendwann anlegen. Aber jetzt haben wir erstmal die YouTube at enjoyabike. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ob wir auch beim Ball bleiben. Also es gibt auch Podcasts, die wieder von der Bildfläche verschwinden. Ich hoffe, das ist bei uns nicht der Fall. Naja, wir müssen uns ja ständig über neue Produkte austauschen. Das machen wir ja sowieso eigentlich kontinuierlich, wir beiden. Wie gesagt, auch gerne mal kontrovers. So muss es ja auch sein. Es ist nicht immer alles kuschelig. Und dann können wir ja im Anschluss auch mal sagen, pass mal auf. Und das geben wir jetzt mal im Podcast auch so wieder. Genau. Und wir machen jetzt gleich, wenn wir hier ausgeschaltet haben, in zwei Wochen den nächsten Termin fix, damit dann auch die nächste Folge kommt. Könnt ihr euch drauf freuen. Wir lehnen die an einem Tag auf. Ich denke, am nächsten oder übernächsten Tag wird das Ganze hochgeladen und live gestellt. So ist der Plan. Und dann, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, auch von mir.